Unser viertes Ziel im magischen Viereck ist das angemessene und stetige Wirtschaftswachstum. Klären wir die Begriffe. Angemessen heißt unterstützend. Die anderen Ziele unterstützen, das heißt angemessen. Nicht zu viel, nicht zu wenig, so wie es zu den anderen Zielen passt. Zum Beispiel zum Ziel hoher Beschäftigungsstand passt. Das ist angemessen. Die anderen Ziele unterstützen und stetig heißt nicht sprunghaft. Also eine schöne, ebenmäßige Treppe, auf der man nicht auf die Schnauze fällt, weil die eine Stufe plötzlich so hoch ist und die nächste Stufe wieder niedrig. Wenn Sie mal eine Treppe hochmarschiert, wo die eine Treppe plötzlich, die eine Stufe, nicht die eine Treppe, die eine Stufe plötzlich höher war, die fliegen auf die Schnauze. Weil Ihr Körper sich automatisch daran gewirkt. Wenn Sie die ersten Stufen gehen, dann macht Ihr Körper das automatisch und dann kommt eine Stufe, die ist höher und Sie liegen auf der Nase. Und das soll nicht sein. Wir wollen nicht auf der Nase liegen, sondern wir wollen schöne, stetige, regelmäßige Stufen. Die müssen gar nicht so hoch sein. Auch dann kann man ja auf die Schnauze fallen. Aber die sollen schön stetig sein. Regelmäßig, gleichmäßig. Das stellt man sich hier vor. Das ist stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum. Angemessen bezieht sich auf die anderen Ziele. Genau. Die anderen Ziele im magischen Fähig unterstützend. Genau das ist hier gemacht.